Mit den Min- und Max-Funktionen in Excel können wir den kleinsten bzw. für die Max-Funktion den größten Wert aus einem bestimmten Bereich ausgeben. Dabei sind die Funktionen ganz einfach aufgebaut. Wenn wir hier einmal in diese Zelle schauen, wir haben entweder das Funktionswort oder den Funktionsnamen Min für das Minimum, gefolgt von den Parametern, also den Werten, die wir vergleichen wollen, oder eben für die Max-Funktion Max und dann genau dieselben Parameter. Das Ziel ist wie gesagt die Ausgabe des kleinsten oder größten Werts in einem Bereich. Und dazu wollen wir uns direkt noch drei Beispiele anschauen. Zunächst einmal werfen wir hier einen Blick auf ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben einfach nur vier Zellen mit den Zahlen 1 bis 4 und wir können jetzt die Min- und Max-Funktion verwenden, um den kleinsten und größten Wert auszugeben. Beginnen wir mit der Min-Funktion. Ich schreibe mein Gleichzeichen und dann Min als Wort. Wenn ich das Ganze mit Tab bestätige, sehe ich, dass ich jetzt Parameter angeben muss. Ich kann entweder die Zellennamen direkt eingeben oder ich kann, wie das in Excel normalerweise geläufig ist, die entsprechenden Zellen direkt auswählen, indem ich zum Beispiel hier auf die Zelle B7 klicke. Dann kann ich nach einem Semikolon den nächsten Wert eingeben, also zum Beispiel C7 und so kann ich das machen und alle Werte anklicken und mit einem Semikolon trennen, bis ich alle Werte habe, die ich vergleichen möchte. Wenn ich das Ganze dann mit Enter bestätige, dann sehe ich, dass mir die Min-Funktion hier den Wert 1 zurückgibt, denn das ist der minimale Wert aus diesem Bereich von Zahlen. Genau gleich funktioniert eigentlich die Max-Funktion, mit dem Unterschied, dass ich hier eben als Funktionsnamen Max angeben muss. Auch hier kann ich jetzt die Zahlen einzeln angeben. Ich kann aber auch, wenn wir einen bestimmten Bereich haben, so wie hier, den entsprechenden Bereich auswählen, indem ich mit der Maus darüber ziehe. Genauso gut hätte ich das auch händisch eintippen können, also B7 Doppelpunkt E7. Was nichts mehr bedeutet, als dass ich diesen kompletten Bereich von B7 bis E7 mit allen Zellen, die dazwischen liegen, hier mit einbeziehen möchte. Auch das kann ich mit Enter bestätigen und auch hier bekommen wir die korrekte Antwort, denn 4 ist der maximale Wert in diesem Bereich. Das ist natürlich nur ein ganz einfaches Beispiel, um das einmal zu verdeutlichen. Und wir wollen noch einen Blick auf zwei weitere Beispiele werden. Zum einen habe ich hier verschiedene Datumswerte eingetragen. Und auch für Datumswerte, die in Excel unter der Haube ja nichts weiter als Zahlen sind, können wir die Min- und Max-Funktion verwenden. Mit der Min-Funktion bekomme ich hier das früheste Datum, also das, das am weitesten in der Vergangenheit oder am nächsten in der Zukunft liegt. In meinem Fall liegen alle diese Daten zum Zeitpunkt, an dem ich das Video aufnehme in der Zukunft und das kleinste Datum ist der 23.04., der hier zweimal auftaucht. Dazu kann ich jetzt wieder meine Min-Funktion verwenden, bestätige das Ganze mit Tab und dann wähle ich einfach meinen Bereich der verschiedenen Datumswerte aus, bestätige das mit Enter und ich sehe, dass ich hier als Min-Wert für diese Daten den 23.04. bekomme. Genauso kann ich das maximale Datum bestimmen, indem ich die Max-Funktion angebe, dann wieder meine verschiedenen Datumswerte auswähle, das Ganze mit Enter bestätige und ich sehe, dass der maximale Datumswert, also in meinem Fall der Wert, der am weitesten in der Zukunft liegt, der 10.06. ist und auch das ist korrekt, wenn ich mir meine Daten kurz anschaue. Als letztes Beispiel wollen wir noch sehen, wie wir mit der Min- und Max-Funktion auch nicht nur eindimensionale Wertbereiche prüfen können, denn wir können zum Beispiel auch sagen, ich habe hier für verschiedene Standorte Ergebniszahlen für das Quartal 1 und das Quartal 2 und natürlich kann ich auch aus dieser kompletten Matrix, also aus beiden Spalten und allen Reihen das Minimum und Maximum bestimmen. Dazu beginnen wir wieder mit dem Minimum, indem ich schreibe Min, bestätige das Ganze mit Tab und dann kann ich einfach meinen kompletten Bereich hier auswählen. Genauso gut hätte ich das auch wieder händisch eingeben können, also e10.f16 und schließe damit alle Zellen ein, die sich zwischen diesen beiden Ausgangszellen befinden, sowohl in den Reihen als auch in den Spalten. Wenn ich das Ganze mit Enter bestätige, dann sehe ich, dass der minimale Wert hier 240 ist. Genauso funktioniert das für die Max-Funktion, indem ich Max eingebe, wieder meinen kompletten Bereich auswähle und das Ganze mit Enter bestätige und ich sehe hier ist der maximale Wert in meinen Daten 996. Vor allem dann, wenn wir viele Daten haben und das vielleicht nicht so auf den ersten Blick auch einfach mit drüber schauen, erkennen können, sind die Min und Max-Funktionen in Excel häufig verwendet, um die kleinsten oder größten Werte oder auch die frühesten oder spätesten Datumswerte in einer Liste oder einer Tabelle zu finden. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder weiterhelfen konnte, dann freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Abo. Und für den Fall, dass du mehr über Office 365 oder im speziellen Excel lernen willst, solltest du auf jeden Fall den Link in der Beschreibung anklicken. Dort findest du unseren Online-Kurs, mit dem wir schon Tausenden dabei helfen konnten, zum Microsoft-Profi zu werden. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, auch dich dort wiederzusehen.